willkommen liebe freunde zurück von draus vom walde kommen wir ja ja der hat sich gereimt wunderbar ich bin auch wieder mit dabei ja der naziwald schöne ecke in deutschland ja wir haben schon lange nicht mehr gespielt fällt mir auf ja ist richtig ja liebe zuschauer ein bisschen lange her so das heißt bereit zum kampf drücke ich jetzt mal ich hoffe du drückst das jetzt auch das ist einfach drei zu eins gab es das auch schon beim letzten mal ich weiß schon gar nicht mehr ist ja völlig egal oh gott story ist immer noch völlig bewusst glaube ich schnell bewaffnung was habe ich denn genommen aber für die die vielleicht unsere folgen ein bisschen verfolgt haben wir machen den boss vom letzten mal nicht noch mal was nehme ich denn da für waffen käme ich mir gar nicht mehr aus hier wo ich hätte jetzt fast auf start game anstatt auf loadout geklickt dann wäre ich ja völlig unbewaffnet hier los gestiefelt ich habe land mit dem stil land minnen landminen f1 granaten was war das denn noch mal hauptsache es knallt oder ja so was richtig räudig ist ist das dynamit also das kannst du mal zu hause lassen gepflegt da muss da drauf schießen dass das exakt die granaten landminen und f1 granaten habe ich stolperminen kann ich nicht legen ist das letzte mal auch schon geschnallt das konnte ich aber nicht und dynamit war einfach völlig vernarrt kam so weit dass ich den das ding da das benze gespannt habe und dann hat das abgebrochen und selbst in die luft geflogen ich habe jetzt mal auf spiel starten gedrückt weil mehr geht bei mir nicht super ja super 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 wieder mal zwei minuten verplempert mit pre loading überhaupt nichts warum sind wir zu viert sind wir gar nicht gut hey du da hallo 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 seid ihr überhaupt für eine waffe ja im start ja so gerade ausgewählt ich weiß ich frage mich noch warum du alzheimer oder was aber ich kann mich nicht konzentrieren hier sind fußbund blutspuren blut fußbund da vorne liegt einer rum siehst du den zombie da vorne der rum frisst muss ich dadurch ein ziel darf ich dir in meinen arsch schießen kannst du gerne machen da wird es vielleicht wenn du die nicht mit kopfschuss tötest steht er wieder auf da hat er daneben mit zu den killen der gerade aufsteht ich probier's mal soll ich noch mal da kommt noch einer nein ich habe daneben geschossen das fängt er gut an dahin rechts siehst du den typen mit dem knüppel 79 meter 430 punkte ja 79 und ich stand bei 66 tja stand keine zehn meter auseinander was ist jetzt siehst du den arm da oben der der kette rumhängt okay ich kann die waffen noch mal wechseln okay hier ist okay das ist die granaten und so wie wirft man mit mit gehrt wird mit granaten oder ich hab's vergessen ich werde gleich irgendwelche wilden tasten drücken ich habe mir das da umgelegt okay halt das ist ja hell schon wieder irgendwelche hässlichen symbolik auf dem boden hier nein wirklich das wird gleich zensiert schnell weg rennen schnell die ganze drauf zu ok 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 so wie sich die zombies siehst du sie auch ich hab hier zombie nazis ich mach den rechten weg ok ja der eine lebt er noch ok nuten dürfen die vergangenheit ist der typ der typ steht noch anstreit fehlt noch dass er los fährt oder so kann man die typ nicht immer looten hier ja ja ich erinnere mich ja ist mir auch gar nicht immer weg gelootet ja das tut mir jetzt auch gar nicht so leid irgendwie was hier ist das sieht aus wie ein bergwerk oder so oder oben warte wo wie war auf dem auf dem steg auf dem catwalk auf beiden catwalks warum gibt es da so viele von stirbt aber wo ich sie sehen daneben nach komm schon was das schon oder sie kommen jetzt die treppe runter links vorsicht wie laufen die denn da lange ja so das geht nach hinten runter die treppe ich höre schon wieder danke was hörst du denn zum glück nur die langsamen zombies selber vorder kommen jetzt wieder irgendwelche von diesem sprengpfotzen da die habe ich ja gefressen die scheiß dinge hast du es noch in erinnerung ja die kann ich noch zwei vereinen 285 wenn man sich irgendwie abduckt oder so allerdings ist eine achtung ja stimmt du kannst auch diese diese lungenanhalte geschichte machen mit e glaube ich hast du kannst du dann atmest du nicht mehr und stirbst einfach instant wenn du die ganze zeit drückst das ist der trick bei der e taste ist doch besser als zwischen hat sich zombies getötet werden oder was ersticken ja ist viel cooler wenn du einfach keinen bock mehr hast du spiel die ganze zeit drücken was ich weiß die zuschauer ist es bestimmt schreibt sie die kontakt die lesen die lesen ist dann auch ein so einst du hast du eh nur gelern stimmt clear oder da stand noch nicht das steht doch auch mal nach was das scheitere um will er wieder der davon überlebt er noch ich habe auch schon wie sind voll die mongos aber gesagt hat der typ uns gerade beleidigt oder was der nazizombie ja da müssen wir hin eigentlich sind wir nur auf dem weg zur arbeit die ganze zeit aber überall so wie sich wieder runter 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 ich will die runter ich will die runter ich will die roter tüß tüß warum denn ich habe schiss sagt doch dass die hinter uns sind deswegen habe ich doch ich wollte dir sagen dass da was ist ich habe mich gerade irgendwie in so eine sackgasse gelaufen ja ja ich sehe schon ach komm schon ich bin ja hast du dieses ich gehe runter ich gehe runter ich gehöre ich gehöre da kommt der nächste schwung vom catwalk wo sind die catwalk zombies da ist einer ok diese dinge hier die können doch irgendwas soll diese tische oder irre ich mich eigentlich liegt da manchmal hier ist ein schraubstock dran warum liegt da ich so ok warte man kann man das ding auch kaputt ballern hier achtung achtung ja kann man okay diese gas könnten ist dabei schon kann man kaputt ballern ach so deswegen leuchtet es auch so ich stehe daneben ja macht das naja ich schieße nicht drauf gerade nicht hier ist irgendwie dead end oder dahin sind welche cool ach komm schon ich weiß gar nicht mehr laufen sie sind ja hier auf der völlig anderen seite also auf die überraschen uns bestimmt gleich und kommen dann irgendwo ich höre überall dieses rumgeschrei hier von diesem zog freaks die soll ich meine ruhe lassen ich bin einfach noch in mein ingenieurbüro ja hier auf dem catwalk ist schon wieder voll die action verdammt wie oft schieße ich denn daneben sniper elite ist da gar nicht der richtige titel nee es ist ingenieurbüro elite muss das spiel heißen ja man kann schon geht drauf was halten die den aus wow nice shot ich lud natürlich die opfer hier wieder ja klar boah was mach ich denn hier pack hier rum da ist einer hinter mir warum sagst du nichts hier weil ich völlig woanders bin ok so falls du mich siehst ich renne mal wieder ein bisschen zurück ok so ja aber das ging ja gut aus alles hat er bis jetzt alles gut hingehauen mit der granate habe ich zwar immer noch nicht ganz geschnallt aber ach so wir müssen über den ne warte mal deckung verwenden das ist natürlich schwachsinn wir müssen wahrscheinlich über den catwalk hier oben aber da ist zumindest das ziel hier irgendwie ach da ist die treppe die da reingeht warte wo wie naja hier müssen wir auf die andere seite rüber irgendwie also auf den auf die überliegende da bin mir zu blöd das zu sehen ja andere seite ist vielleicht nicht verkehrt ich weiß nur nicht wo es da rüber geht jetzt müssen wir auch irgendwo herkommen ja jetzt bist du da auf der anderen seite wie hast du das gemacht ich bin einfach in der mitte unten lang gelaufen ach so ich verstehe da waren wir bei dem büro gar nicht so verkehrt ja hier sind jetzt granaten hier an dem tisch hier links aber ich habe noch keine weggeschmissen ja 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 dann geht es hier runter warte mal ich schreibe ich drücke mal kurz g ne g war es nicht ich drücke mal irgendwas ja ich glaube hier das stimmt mit den eier hier die vier ist es und dann weiß ich noch nicht mal welche taste man drücken muss die mittlere maustaste war es nicht habe ich dir irgendwie unbelegt ich weiß schon gar nicht mehr keine ahnung verdammt wir wirfen noch mal granaten ich habe gerade irgendwas abgelegt ne mine ah wie hast du den gelegt mit f aber ich habe mir das bestimmt da so hingelegt warte mal ich schmeiße jetzt eine granate hin jetzt wird es richtig lustig pass auf ich schmeiß sie nicht auf mich oh hier ein bisschen weit geschmissen verdammt oh oh gott sei dank ich hätte jetzt fast gedacht sie reißen mich mit ja hier müssen wir runter übrigens aber ach so jetzt kann ich den tisch hin nicht benutzen scheiße jetzt habe ich die granate weggeschmissen ja naja gut fifa voll idiot voll idiot tja ja kommt vor kommt vor warte mal ich wechsle wieder auf meine was wir brauchen Pornos oder wir sind voller Wollust wir sind wir sind hornlos ja das klingt überhaupt nicht deutsch sind wir noch zum ingenieurbüro wunderbar ja ok da und sie wollen sie nicht arbeiten ja natürlich da unten liegt ein zombie oder ist nur ein körperteil das ist hier schon so ein safe house wieder ich hoffe doch ziel erreicht oder mein glückwunsch wir haben ziel erreicht glückwunsch ja danke ich freue mich auch riesig oh und was findest du da tolles gerade ich hab hier die karte aufgemacht wo du hast es mir geglaubt ja ich hab nur die lehrt hast du gedrückt ja aber auf einem gibt es auch keine map ist ja egal gibt es hier draußen bestimmt jetzt wieder zombies die auf uns zukommen oder nicht trotzdem zu ja wahrscheinlich werden wir hier gleich wieder überrannt ah ja ja Licht ist angegangen ja da unten links ist so ein Gaskartusche ah wunderbar da seid ihr vielleicht draufschießen ach du heiliger ich glaub ich drück mal F boah ich muss mal irgendwie hier was auswählen zack sowas hier ach so war gut ja geht doch ich hoffe nur dass von links keiner kommt oh nein ja ich sehe hab ich aber auch drauf geschossen noch einer super der andere hat den weggeballert perfekt aber es ist schön dass man die so schnell rennen sieht wie gesagt ich hoffe du die sind nicht so clever und kommen von links mhm da stehst du von daher ja ich ziehe aber auch hier unten in den Hof rein ja die kriegen ordentlich kopfschluss hier die jungs ne ah von dir aber von mir nicht ne ich hab grad auch zweimal völlig daneben geschossen das machen wir ganz gut na bam tödlicher treffer zwei stück leben noch an der treppe und ist eine Achtung was oh nein vielleicht haben wir es auch zu einfach eingestellt diesmal ja man muss dazu sagen wir haben auch leicht gestellt weil wir bei letzten Aufnahmen völlig verkackt also ich hab ziemlich verkackt das ist richtig wir haben wir beide begib dich zum Versteck jo scheint clear zu sein du bist hier oh yeah dumm die dumm die dumm die dumm die dumm Ingenieurbüro da waren wir ja gar nicht ach stimmt auch wieder wir hätten das Lagerfeuer brennen lassen hier bremst oh da oben hinterher rum was ho ho na schade er hat bestimmt Spaß aber er hat nur noch einen Arm wow anderthalb ein halb oh nein Stiehkanate ok nein nicht ok mich diese Typen hasse ey diese Skelette ey die Krise jedesmal von links das kommt aber nichts das ist gut dahinten hängt noch ein Zombie an der Wand herum oder täusche ich mich ne ist nur so ein ne ich hab mich getäuscht passt schon ja mir überschleich nochmal shift oder ne steuerung ja dass man langsam läuft ja das wollte ich eigentlich nicht ne ne ist aber die selbe Taste du musst das glaube ich du musst stehen bleiben dafür dann hockst du dich hin was ist das für ein Gedärmer Scheiß hier wo da dritt sitzt und da glaube ich durch was machst du da für ne Gedärmer Party Deckung ne ich will keine Deckung oh da war so eine Gaskartusche gewesen wieder auf die hätte man ballen sollen schwebt in der Luft ich geh da mal zur Tür rein ist das ok für dich naja das ist das Safehouse hier sieht man ja an dem Smiley yeah Safehouse Party Punitionen alles auffüllen Granaten und so weiter und so fort man kann zwar davon ausgehen dass dann im Anschluss irgendwie ne Belagerung kommt oder so ne fucking Belagerung Checkpoint ok habe ich genug Munition habe ich da alles angesammelt sieht gut aus na 30 Reloading passt ja ich bin wieder voll Granaten habe ich wieder alles alles im grünen Bereich hier bei mir perfekt ja liebe Leute krasse Folge oder haben wir wieder völlig abgerockt hier den Zombiescheiß aber absolut und überall stehen diese scheiß Leierkästen rum ja die drehen völlig durch hier im Nazi-Zombie äh Land Gedärm und Blut völliger völlige Zerstörung absolute Überdosis und danke fürs Reinschauen hinterlasst mal ein paar Kommentare wie super geil ihr uns findet richtig und ähm ansonsten bis zum nächsten Part tschüss 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 tschüss